Hallo und herzlich Willkommen bei White Blowers. Ähm, da sind wir dran, da sind wir dran. Bären-Smoofe ist ja gut. Die Erdbeeren, die sind am wachsen. Ich könnte natürlich mal schauen, dass ich für alles irgendwie wieder Zaubertränke zubereiten kann. Ich müsste natürlich davon ein bisschen mal meine Sachen noch zusätzlich sammeln. Unterwuchs, Ernteschub. Das heißt erraunen. Wachsen das Ganze ja... Verwende sie als Herstellungsart. Ich meine, wenn ich noch mehr Boxen hinstelle, werde ich halt das Problem haben, dass, äh... Achso, jetzt wächst das nur noch um die Hälfte. Ah gut, weil der eine Bienenstock sich darum kümmert, der andere darum. Ärgerlich. Okay, gut. Was wollte ich hier eigentlich machen? Ich würde gerade mal so schauen, was wir hier noch so an Rezepten bekommen haben. Fische Eintopf. Kokos-Makronen können wir herstellen. Gut, der Stärkungstrank bringt uns nicht allzu viel. Whisky. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Destille. Whisky oder ein paar Schweizen. Wodka könnten wir noch herstellen. Das dauert vier Tage. Ach komm, wir machen jetzt noch diesen Ernteschub. So, jetzt wird's langsam dunkel, das heißt, wir könnten... Wir haben doch diesen Schwebezauber. Haben wir das noch? Schwebetrank. Zum Beispiel ein Besen. Hier ist ja ein Besen. Was ist denn da? Okay. Schwebetrank. Katzenfell. Okay. Wie der dann angewandt wird, weiß ich jetzt leider nicht. So, wir gehen einmal rüber in den Wald. Habt ihr das gerade gesehen? Sie ist mit dem Besen weggeflogen. So, hier huschen wir einmal nur schnell durch, weil ich gucken will, dass es hier nirgendwo was zu verpassen gibt. Hier haben wir nochmal Raunen. Ja, die habe ich heute noch nicht geredet. Wie machen Sie sich das tun, was Sie nicht wollen? Ich sage mir, dass ich ein Eis-Kreis nachher kann. Warum? Mom keeps sagen, ich muss die Grammys. Das ist sie, Mom. Aber Grammys nur immer möchte zwei Dinge wissen. Meine grades, und ob ich eine Bat-Mitsvahe. So, dann sammeln wir jetzt noch die Mondblumen hier ein. Warte, wir reden mit ihr. Dann müsste sie ja auch so... Ich habe ein Buch von einem Institut geforscht auf Herblor. Sie wollen mich rekrutieren. Ich liebe potions, aber ich bin nicht sicher, ob das das richtige Weg ist für mich. Ich kann nicht glauben, dass die Magik-Schools sind eigentlich eine Sache. Frau, sie sind schon seit Jahren. Sie sind auch so schade, also ist es, glaube ich, nicht eine reale Option. Oh, drei Stück. Sehr gut. Tja. Oh, yes! Ich sehe, wo du gehtst, und ich mag es. Feline... ...spy... ...mission? Wir lernen, wie zu schaden, und dann zu schaden, in die Consciousness-Center. Wie knappe ist meine guess? Telepathically knappe. Every witch learns von Ariel, wie sich selbst in die Tiere zu schaden. Aber sie müssen warten, bis sie sind alt genug, nicht zu missen, solche Macht. Ich glaube, beide Sie sind, dass Sie die Tiere zu schaden, mit Kindheit zu schaden. Uh, was wenn ich mich als ein Kat? Das wäre lustig. Ariel, nicht zu schaden, wie ein Kat. Ich versuche. Wir müssen wissen, was es sagt. Visit Ravenwood Hollow for a transmogrification lesson. Then, see if you can find an open door at the center to sneak through. Das ist vielleicht zu weit. Mmh-hmm, stopp. Ihr habt gut gemacht und habt euch gefallen. Ihr habt gut gemacht und habt euch verraten von unseren Unsicherheit zu schaden. Wir müssen uns ernst nehmen, weil es gibt, dass wir uns schaden. Warum? Die Köven ist nicht, dass jemanden. Die Worte schaden die Geschwisterung und Schwerungen in die Gesellschafts-Centerie in der Gesellschafts-Centerie. Sie können uns nachdenken, wenn sie etwas verstanden haben. Das ist, warum wir unsere Identitäten ein kleines. Meine Freunde und Familie können uns nicht akzeptieren, wenn sie die Wahrheit wissen können. Grandma hat mir nie gesagt, dass meine Vater nicht gesagt hat. Und ich glaube, ich habe nicht. Es ist die richtige Wahl. Normale Zivilisten, die nicht wissen, was uns zu tun tun. Sie denken, dass wir nur in fairy tales existieren. Also, ich denke, Sie sind zu wissen, wer ich bin. Write this speed-up incantation. Zeitbeschleunigungszauber. Ich gehe mal so nach Ravenwood. Einfach, um zu gucken. Warte mal, wir schauen mal, ob wir hier noch was machen können. Ich bin jetzt so selten am Angeln. Das heben wir auch mal alles auf. Stopp. Ich will nur mal schnell schauen. Das kann ich jetzt nicht. Doch. Ernsthaft? Ich habe nicht genug Energie. Oh no. Das reicht ja von der Zeit her auch nicht mehr. Sonst hätte ich ihn schon direkt herstellen können. Mist. So, wir schauen mal, ob irgendeiner noch da ist. Ja, perfekt. So, you were to learn how to walk a mile in a cat's paws, are you? Yes! Finally! I've been waiting for years. I don't usually say this, but patience. Don't forget, respect for the creatures allowing you to use their corporeal forms. What? I thought we were going to learn how to transform into cat form. Don't be ridiculous. No one can do that. But, we can't politely ask animals if we can ride along in their bodies for a while. Exactly. Greymalkin and Cleokatra here are experienced with ride alongs. Oh, of course, of course, of course. Tara, Violet. It's time for you to ask permission. Greymalkin, you are the noblest of felines. I would be grateful to walk with you. Is this some sort of joke? A hazing ritual or something? Friends, please excuse the manners of our newest member. Her speciesism is brought on by ignorance rather than malice. Now, I can sense the thoughts of our fine friends with gills and feathers and fur. But what makes you unique, dear witches, is that you can share their consciousness. Tara? Cleokatra must know she can trust you. Oh, okay. Uh, Cleokatra, can I, um, walk with you? She said, of course. Now, take these shape-shifting incantations. You'll need to cast them on your chosen cat. Holy hand sandwiches. It worked. I'm a cat! Not just any cat, but you're familiar. And she sees so much more than humans. Now off with you. Do your skulking. We need to head to the consciousness center. We've got to find out what's been happening there. Wait, you sound normal. That's wild. It raises so many questions, but we got a scamper. There's no time to waste. Das ist so cool. Miau. I know being a cat is bonkers, but come. Muss da langlaufen, okay. Give me a hand. Miau. It's go time. We need to be totally silent. If they catch us in here, they might think we're just mousers keeping the center clean. Ew. But they're not gonna turn a blind eye if we start spouting the queen's frickin' English. Cat's got my tongue. Got it. Notebook, notebook. Hmm. I wonder where it is. Ah, here it is. And the presence of Malcontent seems to be on the rise in our fair town. It's they who spread the pagan beliefs we saw at the summer festival. Whatever they may call themselves, their purpose is clear. To sow chaos and keep you from your true potential. That's a lie. Who is that? Find them. Huh? A disembodied voice. It has to be witches. Oh, I mean, uh, malcontents. Time to scram. Whew. Cleogatra is fast. That run barely took any effort. Glad you enjoyed it, because I think the incantation is about to wear off. Man, human senses are nothing compared to cat senses. Huh, I know, right? Thank you, Grey Malkin. You're the best, Cleogatra. Meow. Meow. Now, let's take a look at this journal. Huh, we have a heck of a report to make to the coven at the next meeting. That's for sure. Sprich mit der Hohepriesterin, erzähl ihr, was du... It's so hard, the kids came with... Ähm... Da oben! Habt ihr's grad gesehen? Da stand der Name. Ich weiß jetzt, wer's ist. Das hat's mir grad voll bestätigt. Oh, Mann, ey. Ja, ich muss nach Hause, ich weiß. Jetzt ganz schnell. Husch, husch. Der Zauberkessel, ich war doch grad da. Jetzt hab ich nicht dran gedacht, ihn aufzufüllen. Oh. Gut, ich muss ja am nächsten Abend eh nochmal hin. Husch, husch. Schnell ins Bett. Ist es Zeit für ein Bett? Yes. Jedes Mal, wenn sie gehen, werd ich auch müde. Oh, nek. Oh, nek. So, dann gehen wir jetzt erstmal die Sachen gießen. Die Mädchen sind fertig. Dann säen wir jetzt nochmal Baumwoll an. Find his kitchen. So, was sind unsere... Stopp. Ne, heute ist kein Sonntag. Jetzt hätte ich das gucken können. Ähm. Fertig im Rahmen deiner Mission. Hohe Priesterin. Zauberformel. Ein paar Tage müsste... Okay. Dann guck ich, dass ich mit jedem einmal die Freundschaft wieder ein bisschen aufbaue. Ich bin bei BlacksmithState.com. Ich bekomme matchen. Aber ehrlich gesagt, die ganze Online-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Fan. Du kannst mir mit jemandem sprechen. Okay. Ah, sorry, I'm just tired. I didn't sleep much last night. Um, should you be at work then? Maybe you should go home and get some rest. Oh, I don't sleep much any night. Can't turn off my brain. I'm getting used to being a semi-zombie most days. Ah, real nice weather, huh? You know, I should snap a pic and text it to Dad. You don't have to run off to the Bahamas just to get some sunshine. What? Uh, just, just talking to myself. Oh, yeah. Another day, another viral pastry combination idea. Baked bean beignets. Savory, sweet, bean-tastic. Ew. What? It has merit. I might have to work shop the flavors some, but alliterative names are all the rage. I have sunflower seeds to sell this time of year. They're so obvious, but popular, I guess. At least the bees like them. Sollte ich davon vielleicht... Gut, im Herbst kommen ja auch nochmal welche. Nee. 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 Ich will mal kurz nach Shelby schauen. Oh, warte mal, was ist hier? Ich habe früher von Omas Farm getrunkt. Ich habe früher von Omas Farm getrunken. Wir sind jetzt Freunde. Oh, Shelby ist gar nicht da. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause, um den Trank zu machen, der hoffentlich bis abends fertig sein wird. Nein, hier, warte. Oh, der hat alles an meiner Zeit gekostet, krass. Ziele, was du gesehen hast, ein paar Tagen. Okay. Ähm, wie lange brauchst du noch? Sechs Tage, mein Gott. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? 13. Warte, dann machen wir gerade nochmal ein bisschen Holz. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir als nächstes hier das Grundstück brauchen. Wenn wir dann Kühe und so ansehen wollen. Also ansehen. Anba... Ach, ihr wisst was ich meine. Oh, ich weiß gar nicht so schlecht. Und nochmal in die Mine zu gehen. Was ist das? Eine Recipe? Weil, ähm... Da komme ich irgendwann halt auch mal an Gold dran, ne? Gucken, ob ich unten was sammeln kann. Pilze. Und was brauche ich zu den Pilzen zusätzlich, um die Suppe zu machen? Mal kurz mal schauen. Risotto Reis. Warte mal. Das ist Petersilie. Ach, Reis kann ich das gar nicht selber anpflanzen. Hab ich das gerade richtig verstanden? Nee, das musst du kaufen. Okay. Dann gucken wir mal, ob der Laden noch offen hat. Tatsächlich. Perfekt. Ja. 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 Was haben wir hier? Magie erhöhen, Zauber. Wer gehört zu den Hext? Neuerung, statt freigeschaltet. Benutzen. Cool. Ich wollte aber eigentlich nur bei dir Reis kaufen, aber das ist sehr schön, dass... Reis, wie viel? Achso, ich kann da... Ja gut, dann kaufen wir erst mal nur drei. Guck mal hier. Schön. 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 Limo für alle. Du siehst du faszinierig. Nicht zu lange warten. Wie geht's, Emmi? Gut. Aber ich glaube, Finn hat das Merchandise ein bisschen zu viel sammelt. Yesterday, he was so hyper. Mom made him run a lap around the house, just to burn off some energy. Just when I thought I had the refreshing beverage market corner, Emmi and Finn went open a lemonade stand. Kids these days. Man. Brutaless. Oh. Dann reden wir so mit dir. Ich dachte, dass das alte Bräder nie wird festhalten. Das Ding war so stehend wie ein Trink, aber es verschwunden hat. Ich habe immer gefragt, ob jemand mit den Beinen gespielt hat. So, dann gehen wir in den Wald und dann rede ich auch mit ihr. Wir können hier für die Zeit mal kurz angeln. Ich brauche einen großen Fisch, die kleinen. Die bringen mir nicht viel. Ne, ich denke, ich will dich nämlich nicht, weil du bist wahrscheinlich wieder nur ein Saibling. Ein Wels gefangen. Guck mal, wir sehen auch noch mal anders aus. Auf jeden Fall würde ich einen von den Größeren haben. So, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Lass auf jeden Fall mal für mich ein kleines Kommentar unter dem Video da. Und auch auf jeden Fall ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.